Wir sind jetzt in Singen angekommen. Mit hinzugestoßen sind Wolfgang und Manfred. Die sieht man hier im Hintergrund und wir fahren jetzt zu Fürth an einer wunderschönen Bodenseestrecke entlang und unser Tourguide Wolfgang wird uns hoffentlich sicher von A nach B führen. Ok, gut, go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Hallo Wolfgang. Hi, wie ist du denn? Ich bin der Neue. Ja, sieht man. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Allensbach. Schaut euch mal doch das an. Ist das nicht geil hier? Was ist das hier? Wo sind wir hier? Da drüben ist die Reichenau. Dahinter ist die Schweiz. Und da sind wir vorhin ein Landgefahren. Auf der Seite sind wir geschworen. Also vor allem packen wir an den Unterberg. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour. Es war richtig, richtig toll. Das Wetter hat auch mitgespielt. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an Manfred, der schon in eine andere Richtung gefahren ist. Manfred, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich hoffe, es gibt auch ein Wiedersehen. Dann ebenfalls ein ganz großes Dankeschön hier an unseren Wolfgang, der Oberhammer mit seiner Roller Goldwing, wenn man so will, Burgmann. Und im Hintergrund, da ist der Klaus. Mit dem fahre ich jetzt gemeinsam nach Villingen-Schwenningen. Und wir freuen uns auf das nächste Roller-Video in diesem Fall oder in diesem Sinne. Viel Spaß und Dankeschön fürs Zuschauen. Das Like, das Liken des Videos nicht vergessen. Oder noch besser, abonniert meinen Kanal. Bis dann, euer Michael. Ciao, tschüss.